ich versuche die ganze zeit hoch zu kommen der schilder da bist du doch der sara wo bist du denn zeigt mal wo bist du ich bin auf welchen sekunden 27 sekunden ich muss den holen agency oben drauf ja wo die dinge haben die mit stühle sitzen ja keiner schießt ja ich sehe dich mit der banane daneben dir ja genau ok ich bin gespannt es geht los ich sehe dich ich sehe ich sehe ich was ein sack sagt er das ist auf jeden fall dinge sind es kommt die bunker die buchte auf die bunker kommt das rauskommen soll ja auf jeden fall wasser kommt daraus ok jetzt schon die ganze zeit nämlich hat eine untergeschossen so ein huren was dort auf die bunker sind auch da kommt was raus aus dem bunker hört die musik was passiert wo ich sehe nichts und in die mitte mit eine große große kugel kommen wie ich gesagt habe die große kugel jetzt fünf moschees ein riesen samu kommt wo wasser hin wo was denn so bewegt keine ahnung komisch also da ist gemacht und nun und nun in den dägen sie die oder komplicer alter was passiert hier all also das jenes nicht mit dem staub jungen meine grafik das kommt nicht zerstört Das ist komplett zerstört. Da kommt ein Typ raus! Ich hab jetzt erstmal den übelsten XP-Button dort berührt. Ich muss pissen. Was passiert hier? Die Moschee sind weg. Ah ne, die sind noch da. Boah, kann man da drauf? Der ist da drauf. Der ist dem Nieders. Ey, ich bin unten im Wasser. Hier unten ist Wasser. Alter, da steht echt da drauf, ne? Ich bin unten. Da unten ist Wasser? Ja, ich bin da oben. Oh, was geht der da? Ey, das ist doch der Nixus, Mann! Oh mein Gott! Was passiert da? Guck mal da oben! Ey, wir können fliegen! Flieg! Ja, bitte, das ist ein gutes Zeichen, das Fliegen. Jungs, ihr kennt das Fliegen doch noch, oder? Ja. Ey, jungs, wir werden nach oben! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ey ich flieg wieder runter. Ich bin auf dem Turm drauf. Ich bin auf dem Turm drauf. Alter was passiert hier? Alter die Dinger machen die Zone weg. Die Moschees machen die Zone weg. Man kann in der Luft die Moschees. Der Egos passiert hier. Ja was 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 was? Ich bin im Büro. Ich bin im Büro. Alter so was erwartet. Guck mal Top Secret. Ey Secret. Guck mal die Katze. Die Katze war da wieder. Ey Reit. Dieser Katze Skin. Ich hab's gesehen. Ey ich komm wieder runter. Ich hab auch noch. Komm wieder runter. Doch 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 doch. Ne jetzt wieder hoch. Ey was passiert hier? Das war schon aber verdammt gut gemacht. Alter ich sag mal völlig finster. Achtung der Sturm kommt. Trotzdem sehr gut gemacht. Also auch wenn es jetzt nichts mehr gibt. Die alte Map kommt. Bist du dir sicher? Sehr gut. Also ne ja da nicht. Hier passiert doch noch irgendwas. Da passiert noch was. Auf jeden Fall. Ey wo seid ihr Jungs wo seid ihr? Ich bin direkt an der Kugel. Die Kugel. Ich bin in der Mitte. Bist du Lukas? Ja ich bin auch in der Mitte. Ja ich bin auch in der Mitte. Ja ich bin auch in der Mitte. Wie komm ich da hin? Abo 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 da ist immer was. Ey Ingo ist passiert. Jetzt fliegen wir wieder. Ich kann nicht fliegen. Warum könnt ihr fliegen? Digga weil du genau auf dem Tum drauf willst du nicht? Alter was geht hier ab? Warli. Ich bin Warli. Ey ich geh auf die Kugel drauf. Ich geh auf die Kugel drauf. Ich geh auch nicht auf. Alter ich geh auf. Oho. Oh Midas Junge was hat der alles da nicht gestittert. Boah. Lava. Oh mein Gott guck mal wie wir Farben haben. Ey die Map. Kleidemap. 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 Nein. Nein nein nein. Du Arsch ey. Ich hab's geglaubt. Ich hab's geglaubt. War aber mega geil. War aber mega geil gemacht. Ey hier sind überall Regenbogen. Ja. Was passiert hier jetzt? Gar nichts mehr. Ist fertig. Es geht weiter. Es geht weiter. Wow. Ernsthaft? Ja. Alle enttäuscht oder? Wir haben das so lange gemacht? Ach komm das war gut gemacht. Ich hoffe ich schrieg kein Hate mehr auf mein Video. Aber dadurch ist doch gar nichts passiert. Sie haben einfach nur die Kugel. Ey. Moment. Warte ist vorbei. Ist vorbei. Oder die wollen dass wir denken dass es vorbei ist. Warte mal töte mal ein. Ja man kann Leute töten. Das macht Spaß. Ja du hast doch. Alter. Oh mein Gott. Oh nein. Okay okay okay. Ey guck mal jetzt aufm Tisch. Halt jetzt guck mal schnell aufm Tisch. Secret. Guck mal mal diese Katzen liegen. Warte für Katzen. Mach ich. Yo da seh ich den. Warte 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 warte. Ne das ist Miras. Warte. Das ist Miras. Warte mal. Das ist nicht im Sturm. Das sind die alten Aufnahmen. Das hätten wir nicht vorher sehen können. Ich denke. Alter. Wieso unter Wasser. Wir sind. Eieieiei. Was steht jetzt. Okay. Es ist geil. Es ist geil gemacht. Da oben schluckt die Yacht. Da oben schluckt die Yacht. Da oben schluckt die Yacht. Hat jemand Bock zu zocken? Ey da schluckt die Bäume und die Haie. Alter du zerhai. Der Haie. Der Haie. Einfach. The Shark. Sind wir jetzt wirklich unter Wasser? Ja. Noch nicht. Also ja doch eigentlich schon. Ne die Welle kommt erst. Ja. Die Welle kommt noch. Das ist quasi der Sturm. Ich kann aber nicht schwimmen. Nein. Das ist quasi der Sturm. Die haben ja gesagt. Dass der Sturm sich ändert. Das ist nicht mehr der Sturm. Das wird ja schon wieder. Der Sturm. Jetzt hör mal leise. Hört die Aufnahmen. Hört die. Oh nein. Bitte. Bitte. Ben. Ben. Alter Ben. Warte. Warte. Ben. Kannst du mich hören? Alter wie krass. Das war der alte Ben. Das ist noch nicht zu Ende. Ja das ist das glaube ich nicht. Nein ist es nicht.